Aber wie ich auch sehe, bei dir sind die Haare auch ab, ne? Ja, und das noch gar nicht so lange. Ich glaube, den Schritt, den habe ich jetzt vor drei Wochen selber gemacht, wo ich auch Kontakt mit dir aufgenommen habe. Das Witzige war, ich glaube, die meisten, die stoßen schon eher auf solche Geschichten und beschäftigen sich damit. Ich habe das immer lange aufgeschoben und wollte mich nicht mit beschäftigen. Und bei mir war es wirklich so, dass ich den Schritt gemacht habe, die Haare abbasieren lassen habe von der Mutter von meiner Freundin, weil die Friseurin ist. Und direkt danach, weil ich irgendwie was brauchte, wo ich damit klarkommen kann, habe ich mich an den Laptop gesetzt, bin ja so im Homeoffice gewesen und bin dann auf deinen Podcast gestoßen. Und dann habe ich mir wirklich eine Folge nach der anderen reingezogen und damit wirklich eine Hilfe gefunden, das zu verarbeiten, weil es war ein schwieriger Schritt. Also ich hatte an dem Montag, das war montags, glaube ich, oder sonntags war das. Ich hatte sonntags mit meiner Freundin gesprochen, morgens in der Küche und habe gesagt, ich glaube, ich mache das jetzt. Und dann haben die Tränen angefangen zu fließen. Bei wem? Bei mir. Okay. Für mich war das echt eine sehr schwierige Sache. Ich habe schon seit ich 18 bin, da hat das ganz leicht angefangen und das war halt schwierig für mich, damit umzugehen, weil ich habe mich lange nicht mehr beschäftigt, weil es wirklich irgendwann auch bei angesprochen wurde, dass ich hinten langsam Lichtes Haar bekomme. Willkommen im Club. Genau so war es bei mir auch. Ja, deswegen. Also es gibt viele Parallelen auch zu anderen Podcast-Teilnehmern. Also ich habe in vielen Episoden so viele vergleichbare Szenerien bekommen. Also das ist schon krass. Interessant. Dann lass uns das Stück für Stück mal durchgehen, weil ich finde, du hast ziemlich viele Stichpunkte angeschnitten, wo du sagen würdest, da können wir auf jeden Fall mal was vertiefen und das würde ich auch gerne mit dir, weil das total interessant ist auch für mir zu hören, wie das jetzt ist, dass du dich Stück für Stück mit jeder Episode quasi ja da durchgewurschtelt hast und wahrscheinlich mehr und mehr gefunden hast und ja, wie ich sehe, auch die Glatze dann auch akzeptiert hast, weil ich sehe jetzt nicht, dass du da die Tränen in den Augen hast, sondern eher ein Lächeln. Im Gesicht und